Musik Ich will spielen. Los. Starte schneller. Zurück. Mach hin. Ich will an Unreal Tournament spielen. Los. Starte das verdammte Spiel. Starte das verdammte Spiel. Du Hurensohn, ich will spielen. Ich sag's nicht noch einmal. Los. Auf dem Weg. Was ist das Film? Oh mein Gott. Was ist geschehen? Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Verbitte mir diesen Ton. Spielen. Bis Littem. Das man muss nur noch warten. Mann, mach hin. Ich will an Unreal Tournament spielen. Ich sag's nicht noch einmal. Los. Ausdruck weg. Wie? Jetzt. Hermann Fiegelin ist ein Attic Masterman. No one should try anything funny on him. Besides that, he's a very loyal, smart and reliable person. As for Lippo Slick, he may be a manic. But he's very loyal, hardworking and sometimes smart. I like to hang out with them as friends sometime soon. That's all for me. Positive denken. Einfach positive denken. Gleich geht's los. Suss. Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Suss. Shut the f*** up! Thank you. No one can stop me. Or can anyone. Oh really? You? Hey, hey, you are gone and made to. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Mach hinne. Ich will an ein Real Tournament spielen. Los! Well, prompt to Fagerlein for doing that, but what are we supposed to do now? Fagerlein, any ideas? Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tuen Sie was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Okay, dann, lead the way. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Scheduling lab principle lead to a science lab. Okay, what now? Wow, that's super impressive. Are you going to revive Johnny now? Man, that doesn't usually happen. Man, I really sucked. Positiv denken. Einfach positiv denken. Gleich geht's los. Oh, der Escape Knopf fehlt. Wo ist der Escape Knopf? Hold it! Yes, sir. Oh, oh. Unnecessary sacrifice. Roll out! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Ich werde dich einfach, einfach abknallen mit einer Schrotfilter werde ich dich einfach abknallen. The following week, in the Debate Preparation Room. All right, every. Listen! I know our school have a history of hosting and winning most of the D-Bly down. This is his first time hosting this, and I know I had a close call before, so we have to do our best. Understood? In the previous debate competition, I tell you what happened. I believe you won against your nemesis, Miles Edgeworth. I think you are worried about this rematch. Regardless, if we do the meme fun way, we will win. So, der hat uns daran hindern, selbstständig zu denken. ... Greetings, I am Officer Monocle, I am in charge of this investigation, and I would like to know exactly what was stolen from this left. Sie haben es doch selbst gehört, da bin ich mehr für. Tun Sie was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Would you mind explaining what kind of machine was stolen? What the hell? Why did you make that machine? You do realize this is a dangerous machine, under the wrong hands it could. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Verbitte mir diesen Ton! Well, I can tell you there was forced entry, and given how heavy the machine was, it was a plant heist. Did anyone know about this machine? Ja, und? Er hat uns daran hindern, selbstständig zu denken. Then it must be an inside job, meaning the masterman hired someone from this school, most likely one of your classmates. I will begin this investigation immediately, with your entire class before any more chaos comes. Oh, who is that? Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt! During recess! Das ist doch alles hohle Phrasen! Das ist doch alles hohle Phrasen! Das ist doch alles hohle Phrasen! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen! Tun Sie was Sie wollen, das waren exakt seine Worte! Na prächtig! Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Hier ist er, Fagerlein! Yes, Sir! Mahn nach, Hähler! Ich will Unreal Tournament spielen! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen! I will find a location of the tie-down, and I will find other members. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Ja und? So, der hat uns darin hindern, selbstständig zu denken? AAAAAAAA! Na prächtig! Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Jawoll! Tun Sie was Sie wollen, das waren exakt seine Worte! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen! Tun Sie was Sie wollen, das waren exakt seine Worte! Na prächtig! Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt! Verbitte mir diesen Ton! auf dem Kommen im Lied von der K ہm After School ended, The Class of 5, 8, 20 head to the hideout. Film открыв rein in die Kommen Warum sagen Sie es ihm dann nicht? NONE OF YOU FUCKING 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 MOVE Who the fack were those assholes Oh yes, it was Dora, and Diego, Ehm, ein Swiper? Gut. Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? Ja und? Soll der eit uns daran hindern, selbstständig zu denken? Wie bitte? Jetzt geht's los! 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 I'm impressed that you all made this far, but this marks end of the road. If you want this mission back, you'll all have to defeat me and my right-hand man, Dith Mechaline, who is much stronger now. Now here is the lead, Poison, now I am going to kill you! Outro UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich verbitte mir diesen Ton. Das sind doch alles hohle Phrasen. Ich verbitte mir diesen Ton. Shut the fuck up. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Abdeckten! Based on the previous year's Eximpapers, I have to say it is the hardest so far, my hands never etched so much and if you pass, you are not just hard-working but smart. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. MRAAAAH! Nico, let's go bowling. Everybody, I need to pack your bags and leave the hall. You have to head to the school pool. This is how he is going nearby and we must mobilise. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Prepare for the biggest war of your life, because they have serious forces. Not only do we have to deal with their head squat, which are powerful entities, we have to defeat the fight principally. Hey, it's right here, man. Deathmatch is the end. If we end this today, we will triumph. I will pack you over. So will I. Frisch das, du Hohenzoon. So will ich wirklich fertig machen? Don't forget me! And I will check out Fagalite! 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 What are you waiting for? Go, go, go! We are grateful to be back and we want to be of service to this battle. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. And wait for three. No, let's go! Quando Hab tourism were out, er will transform, er will change everything. So come out of the war. We have been in a hurry, aint distract, but now. Das war's. aber sie haben es doch selbst gehört er will nicht mehr führen tun sie was sie wollen das waren exakt seine worte so that's properly where principally might it step in it though but which dimension did he go so tell me fingerlund what are the possible never says out there na prächtig und wenn er sich gefangen hat wie geht's dann weiter sonst haben wir jede chance verspielt so der hat uns darin hindern selbstständig zu denken aber sie haben es doch selbst gehört er will nicht mehr führen tun sie was sie wollen das waren exakt seine worte oh i wonder which one in principally will they do it could likely principally is a mere alternated version of a rich khan aber sie haben es doch selbst gehört er will nicht mehr führen tun sie was sie wollen das waren exakt seine worte na prächtig und wenn er sich gefangen hat wie geht's dann weiter then how will he come back here that's sind doch alles hohle phrasen wir müssen jetzt handeln sonst haben wir jede chance verspielt let's hope he does that it's hard man that didn't school alone so look for market and fresh that little is down everyone love that duck and counter attack das wird mit 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 von Lee, Smoke, Galien, CJ, Haki, Luis, Chao, und AGK. Das ist schon so gut. Ich hoffe, es geht. Kommt bei ASAP. Denn die lange du gehst, die schneller unsere Welt fällt in die Hand von Tyrannien. Zeit ist von Essence, Lee. Ich werde es auf den Weg geben. See you soon. Okay, everyone. But get ready, because we are told we need to fight a losing battle. Let's go! The LML Light Squint has left. That's fucking perfect. Furrer, it is time to attack the school. Stop it, son! Shut up! Shit, Sam. All right, co-lead and president Mr. Emetan, he will brief you. Thank you, love. Latest update, the Risen Reich has conquered Europe and the Middle East as well as Northern Africa. Their major ally, the Sun Empire, has been recently defeated. However, we are losing waves and waves against the elite forces of the Risen Reich. I hope your team, Mr. Lee, can help us turn the tide. Okay, we know this, because the faster we win, the faster we go home. Else, we will die by the freedom with all of you. If we can find the weak point of the elite Risen forces, we can exploit this and turn the tide. Excellent tactic. Now, Lee, you will be positioned in daily, to guard against the forces. Your aim is to hold the line, until you see a window of opportunity, I mean, when you find their weak point and counter attack. You know you could very well lead the first winning pushback of the Freedom Alliance forces. Enough talking, get to positions. All I see is waves of tanks and tanks. Luckily, we brought some anti-tank weapons. We take out their tanks, then we attack their infantry. I will take them out and see my helicopter. Sounds like you've had everything figured out. Let's do this. I have a bad feeling about back home. I know, but let's fend their attack. I see tanks moving in. Get ready. Attack! We must have to handle! All right, here I come. Now attack the fleeing forces. assists. Yeah! 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 Wow! Wow! I feel free for mo שלי. I feel free. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020